Hast du gehört von John? Ja, John. Nein, der andere. Es geht das Gerücht, wo wir runtergegangen sind. Aber? In den Nebel? Eben, aber in den Nebel. Man sagt, dort unten gibt es eine Art Zwischenwelt. Wenn die aufschauen, sieht sie uns nicht und die Berge gerade gar nicht. Man sagt, sie sehen nicht einmal den blauen Himmel. Gespunnen. Gespunnen. Nebel finden Sie bei uns höchstens im Thermalbad. Und das ist beim Skibadepass sogar inklusive. Mehr Informationen auf school.ch